Neuigkeiten zum Thema Schöne Bescherung. Servus! Wir sind gerade eine Handvoll Piloten von der Flugtechnischen Arbeitsgemeinschaft Coburg e.V. Und wir haben da noch was vorbereitet. Ein Weihnachtsgeschenk für Coburg. Und er ist pünktlich fertig geworden. Teil 3 unserer Filmreihe Ausrichtsweichen über Coburg. Und auch bei dieser Etappe unseres Stadtrundfluges gibt es wieder einiges zu entdecken. Unser Tipp? Anschauen! Also nochmal. Anschauen! Und weitersagen. Also nochmal. Weitersagen. Flugplatz Steinrücken. Es ist der Traum vom Fliegen, den wir leben. Also anklicken. Aussichtsreich über Coburg. Teil 3. Ab Heiligabend auf YouTube. Viel Spaß! Das wird eine schöne Bescherung. Eure Flugtechnische Arbeitsgemeinschaft Coburg e.V. Ausrichtung. ues Vielen Dank.